Ich teile den Winkel nach links gedanklich in zwei Spalten. Überschrift, Dinge die man für den Winkel nach links können muss. In der einen Spalte steht alles, was der Mensch können muss. In der anderen Spalte steht alles, was der Hund können muss. Noch was? Nicht den Winkel nach links mit dem Oberkörper nach vorne fallen. Langsam Schritt rein, Winkel nach links, normal Schritt raus. In den langsamen Schritt wechseln, Winkel nach links, normal Schritt raus. Das erste Losgehen ist ja noch dasselbe wie bei nur einer einzelnen Pylone. Hatten wir schon. Jetzt käme erst die Ecke hier. Zusätzlich helfe ich Ihnen nochmal durch das Taktansagen zwischen den Winkeln. Schulter denken, damit du weißt, ist das, dass du eben vergessen hast, die Schulter zu geben, oder ist das nur, dass der hier rüber guckt. Nochmal, deutliche Schulter, weil schwierige Ecke hier. Und Fett loben, jawohl! Jawohl. Locker den linken Arm. Genau. Immer wieder Spannung raus. Ihr seht vielleicht, dass die Christine... Nach links. Ein Kreis. Den Kreis haben sie beliebiger Stelle aufhören. Ich nehme dich da wieder auf, wo du weiter gehst. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.